Und da haben wir wieder Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearthstone One-Eyed in Karazhan und zwar nehmen wir uns heute den dritten Wing vor, The Menagerie. The Curator guards the Menagerie, home to Azeroth's most exotic creatures. Beyond lie the master's chambers and the portal to save Medivh. The Curator is releasing the Menagerie, we shall need to fix it. Curator, the Curator's gone crazy, fix it. Your hero has taunt. Aha. Sprich, er will nicht, dass ich meine Minions, dass ich seine Minions angreife. Hmm. Was nehmen wir da nochmal schönes? Grishmaid? Grishmaid ist eigentlich mehr zu langweilig zum zugucken, sondern... ... ... Ach, komm. Nehmen wir mal... ... ...den Secret Face Hunter. Ob das gut geht, weiß ich jetzt auch noch nicht, aber... ... 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 Kurator! Kurator! So, sehen wir den schönen Siegelhund. Oh, und Kloak-Tandress, das ist sehr schön. Ja, er zahnt, genau. Ihr Request kann nicht werden. Danke. Ihr Request kann nicht werden. Das war dann wohl immer. Gibt es, wenn ich mich rüberkomme? Dieser Kurator ist allergisch zu Beasts. Der Kurator ist verraten. Du musst es stoppen, bevor es alles rauskommt. Oh, Kloak-Tandress. Oh, Kloak-Tandress. Hey, gib mir das! Please comply with all gallery protocols. Bring me steel! Mhm. Der Kurator ist für die Aufmerksamkeit. Der Kurator ist für die Aufmerksamkeit. Okay, mit Sides. 4-1, 4-1, 4-1. Schade. 4-1 wird cooler. Der ist halt. Der Kurator ist für die Aufmerksamkeit. Oh ja, dann... Oh ja, dann... Oh ja, dann... Reprogramming the assistance. Um... Friesing Trap, please. Friesing Trap, please. Oh. Ähm... Okay. Da kriegt er einfach mal Sneeze. Gets must remain inside the Menagerie. Demons do not belong in the Menagerie. I'm a random demon. Okay. Geht noch. Geht mir auch kurz vorstellen können, dass er da mal gar nicht spielt. Ja, okay. Wieder fliegen. Ähm... Okay. Explosive Trap. Kann ich irgendwie nichts vorbereiten? Ich hab hier 7. Wenn er mich ins Face eingreift, 9. Das heißt, er hat ja noch 7. Ich muss ihm irgendwie anzufügen. Das wär'n 6... 8... Oder ich hab so little. Das geht nicht gut. Schau! 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 Alright. We'll be tweak here. And... Good as new. Do what? Give a random friendly beast, dragon and murloc. Plus one, plus one. Fescue from the dragon? Yeah. Oh. Yeah. Menagerie Warden. Oh god ey. Choose a friendly beast, summon a copy of it. Die Karte ist doch echt stark. My pain. Please assist in recapturing the creatures. The dragon sluice returned to the menagerie. Player start with 10 mana crystals. Mimera. We'll score! Ah-h-h-h-h-h-h. We'll score! Murkuro-g? Oh yeah! Das war glaube ich ganz geil. Valera versus Night Bane! Ich hab überall Mückenstiche. Ich hasse dieser Bliche! Oh, ganz frisch. Soll ich mal weg? Ja, alles ist weg. Und oh, ich hasse es. Es ist überhaupt so. Oh, ganz frisch, ganz frisch. Die nächste. Danke. Okay. Okay. Äh, ja, dann... Danke. Ha, dieser Mann ist zuerst. Hier geht's. Kurator, wir brauchen, um Medivh. Die Kreaturen müssen, um zu retten. Dann können Sie weitergehen. Die Kreaturen müssen, um zu retten, um zu retten, um zu retten, um zu retten. Ja, ähm... Danke. Hey, gib mir das! Hier geht's. Wie gesagt, ich brauche noch einmal Auctioneer und ich kann mein halbes Nexzen. Rino, put back the silverware! Ja. Okay, hol den getracken. Der hat die ganzen Dragon-Synerties, aber irgendwie... funktionieren die nicht. Ja, da keine Dragons. Der hat die Kreaturen nicht mehr. Die Kreaturen nicht mehr. Ich werde das jetzt rausgehen. Hier ist das, was ich jetzt mal los. Da hat er wohl kurz Props. Ja, jetzt habe ich gewonnen. Wow, das war ja so. Was ist denn das für... Für, für, für... Was ist denn das für ein komisches Adventure, ey? Nightbane Templar. Nightbane Templar, if you're holding a Dremens. Dragging Summon 2-1-1 Welps. Continue again, das war's to draw a card. The demon Illhoof, most dangerous exhibit. Approach with caution. Only Icky Imps can damage Illhoof. Ah, ja, um... Dann wär ja... Ja, cool, dann klapperst du. Denk ich, wenn das so ist, dass die... Mann an Bord sind und wir sind am klapperst, dass ich sie waffe und dann mit den... Malfurion versus Illhoof! Ich könnte... Ah... Just in time. Ich muss die Wilde protecten. Ich hatte erst gedacht, dass ich die Icky im... Resummon this minion Illhoof loses to health. Der Ritual beginnt... Jetzt. Wow, ernsthaft? So viele Rituals sind nicht ermöglicht. Warum hast du dich gebeten? Warum hast du dich gebeten? 1-1. Den ich einfach nur töten muss. Warum hast du dich gebeten? Warum hast du dich gebeten? Achso, sie hat auch noch mehrere von. Ich bin bereit für die Erde. Nicht mal Klaue. Ich bin bereit für die Erde. Was ist das? Theorie... Der hat einfach die ganze Zeit das Board komplett voll mit denen hat. Der hat dann recht... Der hat einfach nur die ganze Zeit das Board klären. Und überleben, aber ich glaube das ist jetzt nicht so sch... Ah ja. Mal gucken. Ich nehme mich jetzt hier auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Dann werden wir einfach verlieren. Wir spielen einfach Dreadsteeds. Bam, bam, bam. Jede Runde, bam. Titt mal. Ich weiß nicht, aber sie hätten irgendwie so 2-1 oder... 2-2 oder sowas. Haben die verflächten Geräusch. Sowas in der Richtung. Ja, eben. Ne? Was hat von der Runde krank? Ich habe die Angelegen. Jetzt habe mal Fäck von der Runde. Ich habe die Angelegen. Ich habe die Angelegen. Was hat eine Angelegen? Oh, wie habe ich gedacht. Ich habe die Angelegen. Das Curator dankst du, die Menagerie wird gestorben. A-Win, watch my battlecraft, secret game plus 1-1. So, und jetzt haben wir auch hier FNC2. Menagerie position, give a random friendly beast dragon ant mellok plus 2 plus 2. Und du kannst einen beast dragon ant mellok von ihr decken. Und 3 class challenges für Jäger, Warrior und Mage. Wir müssen Medivh, bevor die Partie ein Brawl wird. Nächste Runde erwartet uns also Karten wie Moomblade Portal, Prinz Malchusar, Medivh und Nether-Sprite Historian. Joa, aber das war auch wieder so ein Ring, weiß ich nicht. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? 2 Minuten gefühlt. Joa, war ganz nett. Aber... Nicht schwer, aber weitem nicht. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt so sagen soll. Ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen, schaut euch auch zur nächsten Folge wieder ein, bis dann, Leute. Das war die falsche Tosse. Das war die falsche Tosse.